Es ist Samstagmorgen. Lisa und Ben wollen in den Park gehen. Lisa und Ben finden einen schönen Platz unter einem großen Baum. Sie breiten die Decke aus und setzen sich darauf. Lass uns ein Picknick machen, sagt Ben. Lisa holt Sandwiches und Apfelsaft aus dem Rucksack. Sie essen die Sandwiches und trinken den Saft. Das ist lecker, sagt Lisa. Ja, es schmeckt gut, antwortet Ben. Nach dem Essen wollen sie spielen. Was wollen wir spielen, fragt Lisa. Lass uns mit dem Ball spielen, schlägt Ben vor. Sie sind Geschwister. Er holt einen Ball aus dem Rucksack. Lisa und Ben werfen den Ball hin und her. Fang! ruft Ben und wirft den Ball zu Lisa. Lisa fängt den Ball und lacht. Plötzlich kommt ein Hund angerannt. Er schnappt sich den Ball und rennt weg. Oh nein! ruft Ben. Der Hund hat unseren Ball. Lisa und Ben laufen dem Hund hinterher. Der Hund bleibt bei seinem Besitzer stehen. Der Besitzer lacht und gibt den Ball zurück. Lisa ist 23 Jahre alt und Ben ist 20 Jahre alt. Tut mir leid, sagt der Besitzer. Kein Problem, sagt Lisa. Danke, sagt Ben und nimmt den Ball. Lisa und Ben gehen zurück zu ihrer Decke. Das war lustig, sagt Ben. Ja, der Hund war süß, sagt Lisa. Sie setzen sich wieder auf die Decke. Was machen wir jetzt, fragt Ben. Wir können ein Buch lesen, schlägt Lisa vor. Sie holt ein Buch aus dem Rucksack. Das Wetter ist schön und die Sonne scheint. Ben lehnt sich zurück und hört zu, wie Lisa vorliest. Nach einer Weile sind sie müde. Ich möchte ein bisschen schlafen, sagt Ben. Gute Idee, sagt Lisa. Sie legen sich auf die Decke und schließen die Augen. Die Sonne scheint warm und die Vögel singen. Nach einem kurzen Nickerchen wachen sie auf. Ich bin durstig, sagt Ben. Ich auch, sagt Lisa. Sie trinken Wasser aus ihren Flaschen. Lisa und Ben packen eine Decke, essen und trinken in ihren Rucksack. Es ist ein schöner Tag, sagt Lisa. Ja, das ist es, stimmt Ben zu. Dann machen sie einen Spaziergang durch den Park. Sie sehen Kinder, die auf dem Spielplatz spielen, und Leute, die mit ihren Hunden spazieren gehen. Der Park ist wirklich schön, sagt Ben. Ja, hier gibt es viel zu sehen, sagt Lisa. Sie gehen weiter und genießen die Natur. Am Nachmittag setzen sie sich wieder auf die Decke. Hast du Lust auf ein Eis? Fragt Ben. Ja, das klingt gut, antwortet Lisa. Bist du bereit? Fragt Lisa. Sie gehen zum Eistand im Park. Ich nehme eine Kugel Schokolade, sagt Ben. Ich nehme eine Kugel Erdbeere, sagt Lisa. Sie bezahlen das Eis und setzen sich auf eine Bank, um es zu essen. Das Eis ist lecker, sagt Lisa. Ja, es ist sehr gut, sagt Ben. Sie genießen das Eis und schauen den Leuten im Park zu. Ich bin froh, dass wir heute in den Park gekommen sind, sagt Ben. Ich auch, sagt Lisa. Es war ein schöner Tag. Am Ende des Tages sind Lisa und Ben müde, aber glücklich. Ja, ich bin bereit, antwortet Ben. Sie packen ihre Sachen zusammen und gehen nach Hause. Das war ein toller Tag im Park, sagt Lisa. Ja, das war es, stimmt Ben zu. Sie gehen in ihre Wohnung und setzen sich aufs Sofa. Wir sollten öfter in den Park gehen, sagt Ben. Ja, das sollten wir, sagt Lisa. Sie sind zufrieden und freuen sich auf den nächsten Ausflug in den Park. Sie verlassen die Wohnung und gehen in den Park. Im Park gibt es viele Bäume und Blumen. Warum ihr denkt? Ich bin froh, wahn. Ich bin froh, nein? Ich habe das hier einen Wasser in den Park. ん Untertitelung des ZDF, 2020